Was ist das, was Sie sagen? Ja, zuerst lesen, lesen, lesen. Ich mache viele Notizen. Zu viele manchmal, denke ich, aber viele. Ich habe so Seite, nach Seite, nach Seite. Dann wir treffen Leute und ich habe das auch Notizen. Ich höre auch zu und dann schreibe ich später, was alle gesagt haben. Dann Margarete und ich, wir diskutieren. Und wir haben auch, das ist auch zwischen uns, das war für mich interessant, war vielleicht nicht für sie interessant und auch ganz gegen. Sie hat ein Problem, auch als Regisseurin, sie will näher zu kommen. Und ich denke, wenn ich schreibe, ich habe nicht das gleiche Gefühl. Ich will sie sehen, aber nicht näher kommen. Und das ist auch ein Konflikt, aber wir haben ganz andere Richtungen, ein Mensch zu sehen, Margarete und ich, am Anfang. Und natürlich, das muss zusammenkommen. So, wir diskutieren. Und dann, ja, ich sitze so regelmäßig. Ich bin eine von den Schiffstellerinnen. Ich sitze jeden Morgen bei meinem Schreibtisch an, um 10 Uhr oder 9 Uhr. Ich weiß es nicht genau wann. Und ich sitze da. Und ich sitze den ganzen Tag lang da. Bis ich, ja, hungrig bin. Das ist so. Als meine Kinder klein wäre, ich muss um 3 Uhr aufhören, um 10 Uhr. Aber sie sind jetzt älter. Und das heißt, ich kann so lange sitzen, dass ich kann das, dass ich ertragen kann. Das hat angefangen mit Margarete von Trotta. Wir waren in New York zusammen mit einem anderen Film, das wir zusammen gemacht haben. Und sie hat so ziemlich leicht gefragt, was denken Sie von einem Film über Hannah Arendt? Und ich habe geantwortet so schnell, ja, fantastisch. Das müssen wir machen. Das ist eine großartige Idee. Und es freut mich auch, weil sie war eine deutsche Frau, die die Hälfte von ihrem Leben in New York gewohnt hat. Das heißt, wir müssen das zusammen machen. Und sie hat dann mir danach gefragt, aber Pam, nicht so schnell bitte, weil sie ist eine Denkerin. Und wie können wir einen Film über eine Denkerin schaffen? Und am Anfang, sie ist so eine komplizierte und interessante Frau. Das heißt, man muss viel lesen. Und der Anfang, das Anfang, war vier Monate nur lesen. Und das heißt nicht nur, was sie geschrieben hat, das braucht Jahre. Aber zum Beispiel, es gibt eine sehr lange Biographie von Elisabeth Youngbrue. Wir haben auch Elisabeth Youngbrue später getroffen. Und das muss man lesen. Das war das ganze Leben in jedem Detail. Und am Anfang, das war sehr schwer zu lesen. Aber später, das war wie unsere Encyclopedia von Hannah Arendt. Aber noch dazu, was Hannah Arendt ja geschrieben hat, ein Teil. Noch dazu, in der Zeit, sie haben so viele Briefe geschrieben. Es gibt, ich denke, mindestens sechs Bücher, so dick, von Briefen nach Karl Jaspers, Mary McCarthy, ihr Mann Heinrich Blücher und so weiter. Und das sind die zwei Seiten. Wer war sie? Was für ein Leben hat sie? Und dann, wie spricht sie? Was ist ihre Stimme? Was ist ihre Persönlichkeit? Und ja, so ihr Leben, Arbeit, Gedanken und Stimme. Alles kommt zusammen. Und vier Monate war nur ein kleiner Schritt. Man weiß das nie, wenn man plötzlich so inspiriert ist. Man kann nur sagen, okay, ich hätte ein Gefühl. Aber ich denke, das Gefühl war, oder ich denke, ich habe später recht. Ich habe das noch nicht gewusst, dass ich recht hatte. Aber Margarete von Trotte hat ein sehr gutes Gefühl für Menschen, die mit Geschichten gebunden sind. Man denkt natürlich an Rose Luxemburg. Man denkt natürlich an Hildegard von Bingen. Aber auch einer meiner liebsten, liebsten Filme von Margarete von Trotte ist Blindezeit. Und alle diese Filme haben etwas zu tun. Sie haben nicht nur eine Frau, die in die Geschichte wichtig war. Aber sie haben richtig, ich kenne diese Wörter nicht, eine Intersection. Das ist gebunden. Man kann nicht sagen, Mensch, Zeit. Sie sind zusammengenäht, sagt man so. Und ich denke, mit Hannah Arendt, ich hatte das Gefühl, dass die Begegnung zwischen Margarete von Trotte und Hannah Arendt, das wird etwas Besonderes, das muss etwas Besonderes sein. Das ist erstens, das ist auch künstlerisch. An der anderen Seite, Hannah Arendt ist der Tupfer, hat eine von den wichtigen Fragen gefragt. Was heißt Böse zuerst? Und was für Böse war das in dem Zweiten Weltkrieg, in dem Holocaust? Und natürlich, viele haben das diskutiert. Aber sie hat, sie hat wirklich den Nerv. Und das habe ich auch in meiner Kindheit gespürt. Weil ich bin in New York erwachsen und ich habe den Namen Hannah Arendt, das war immer ein leidenschaftlicher Name. Viele von meinem Hintergrund haben sie natürlich auch gehasst. Als Kind, ich habe nur gespürt, sie war in Jerusalem und sie hat etwas Schreckliches getan. Aber ich hatte als Kind keine Ahnung, was das heißt. Und das war an beiden Seiten, das war etwas in meinem Hintergrund. Mein Vater war deutsch und er ist von Deutschland geflohen in 1936 und war Professor, Philosopher. Er war ein Philosopher und deswegen Hannah Arendt, das war immer ein Name, das interessiert mich, Besonderes mich. Aber noch dazu, nochmal, diese Begegnung zwischen Margarete und Hannah, das war für mich eine künstlerische und historische Möglichkeit. Das kommt vielleicht nur einmal im Leben. Das Problem war, es gibt nicht so viele Leute, wir haben noch ein Leben, wir haben Hannah Arendt getroffen. Aber es gibt ein paar und die waren für uns sehr, sehr wichtig. Zuerst haben wir Lotte Kühler getroffen, die ist bei Julia Jentsch gespielt. Und sie war in der Zeit, als wir sie das erste Mal getroffen, vielleicht 85. Sie ist schon neulich leider gestorben, mit 92. Und sie war eine hervorragende Frau. Fantastisch, so am Leben bis zum Ende alles gelesen, jeden Film gesehen. Sie hat sogar Barbara Sukover in Vision auch gesehen und geliebt am Anfang. Sie hat ein Foto gesehen, hat gesagt, das kann ich nicht vorstellen. Aber dann hat sie Vision gesehen und dann hat sie Rosa Luxemburg angeschaut. Sie war eine sehr lebenshafte Frau, hat Hannah Arendt sehr gerne geliebt. Und ja, mit ihr haben wir so drei, vier Mal getroffen. Und dann die Biografer, auch Elisabeth Jung-Bruhl, sie war ein Student von Hannah Arendt. Und deswegen, sie hat ihre Arbeit und ihre Werke sehr gut, sie weiß das, sie kennt das sehr gut. Und aber noch dazu, sie hat sie personisch getroffen sehr oft und auch ihren Mann. So, das war an beiden Seiten für uns sehr, sehr wichtig. Und noch dazu, Jerome Cohn, er war ein Student von Hannah Arendt und er handelt auch alle literarischen Werken, hat viel über ihr geschrieben. Und er ist nur bei uns, er ist bei jedem, ja, jedem Premiere überall. So, das waren die drei Wichtigen und dann vier, fünf, sechs andere. Eine andere war die Frau von Hans Jonas, der spielte eine große Rolle in dem Film. Er war leider gestorben für Jahre, als wir angefangen haben, aber Laura Jonas lebt noch. Und wir hatten auch mit ihr ein sehr, sehr schnelles und besonderes Verhalten. Und sie hat uns zum Beispiel einen Brief gegeben, sieben Seiten lang, das Hans Jonas nach Hannah Arendt geschrieben hat, nach dieser Eichmann geschickt. Das war nie bei manchen, das war nie bei anderen gesehen. Wir haben diese Briefe gelesen und gesehen, wie viele Leute, wir haben Hannah Arendt geliebt und respektiert, wie sauer und geleitet und wundet, ja. Sie haben sehr darunter gelitten. Gelitten. Und dass das, man hat nochmal, man konnte etwas spüren, auch in Hannah Arendts Einsamheit, ihre Loneliness, war das eine sehr schwere Zeit für sie. Die Herausforderung war, man muss, wenn man macht ein Biopic, man will unbedingt kein Biopic schreiben oder machen. Weil das ist das. Das ist immer, nicht immer, aber das ist meistens oberflecklich, wenn man will das ganze Leben schauen oder zeigen. Und ja, es ist nicht nur oberflecklich, es ist auch das Not satisfying. Was war am schwersten, ist, was ist der Schlüssel? Und man kann nicht zuerst fragen, ja, welchen Zeitraum finden wir? Was wollen wir wählen? Man muss fragen, was ist der Schlüssel zu dieser Frau? Wie können wir näher zu ihr kommen? Wir wollen nicht nur sagen oder zeigen, dass sie wichtig ist. Man muss auch die Persönlichkeit so finden und eine Art und dann zeigen. Und das ist auch für Margarete von Totten, natürlich, man muss das nähen. Das muss zusammenkommen. Und das ist das. Und man muss das auch spüren. Alle haben gewollt, alle Produzenten, bitte, mag diese Geschichte über Hannah Arendt und Martin Heidegger. Mag bitte eine Liebesgeschichte. Und wenn wir sowas hatten, hatten wir das vor acht Jahren gemacht. Aber unsere Antwort war so und bleibt so, das ist nicht das richtige Porträt von Hannah Arendt. Sie war, man kann nicht sie so sagen als junge, jüdische, naive Frau, wer ist in einen Nazi verliebt? Okay, natürlich, Heidegger war nicht nur ein Nazi, aber er war in der Partei. Und deswegen, das war einfach, okay, das ist nicht die Schlüssel. Aber was heißt die Schlüssel? Was ist für mich auch sehr wichtig, ich will nicht durchgehen. Ich fange nicht, okay, was ist das erste Bild, was ist das letzte Bild. Wenn ich Ideen habe oder für Dialog, was für mich ganz wichtig ist, für mich manchmal ein Bild fängt mit Einsätze Dialog an. Und ich schreibe das. Ich schreibe oder ein Bild oder nur Dialog. Manchmal zum Beispiel dieses Verhalten zwischen Mary McCarthy und Hannah Arendt. Ich habe die Briefe alle gelesen und wir haben immer gewundert, wie wichtig sie sein muss und wie ist das. Aber ich habe viele von unseren Bildern geschrieben, nur von meiner Fantasie, wie sie zusammen waren, was sie diskutieren hat. Drei Vierte, von was ich geschrieben habe, ist nicht im Drehbuch, aber ich hatte am Ende ein sehr gutes Gefühl für diese Freundschaft. Zum Beispiel. So, ich schreibe nicht in eine Ordnung. Ich schreibe, sagen wir, out of order. Und das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann, man spürt, ja endlich, ich denke, man kann nur sagen, man spürt die Schlüssel endlich. Was war das? Und für mich, für Hannah Arendt, als Frau, als intellektuelle Frau, als Mensch, sie war so einsam. Obwohl sie sehr gute Freunde, Freundinnen waren für sie im wichtigen Leben, ein sehr, sehr nahes Verhalten, ein sehr gutes Verhalten mit ihrem Mann, Heinrich Blücher. Aber sie war einsam und so oft allein und sie war auch, sie hat viel Mut, sie war mütig. Und sie war mütig genug, zu sagen, was sie sagen muss. Und wenn sie muss allein sein, dann muss sie allein sein. Das habe ich, das hat mir, am Ende, das war auch mein, mein Lien. Was war das? Und das hat uns, ich denke, näher und näher zu diesem Eichmann-Thema mitgebracht. Weil mit, sie war, von ihr Land, von Deutschland, muss sie weg. Dann als jüdische Frau, von Frankreich weg, als deutscher Mensch. Und dann war sie in Amerika und sie hat gedacht, ich bin jetzt zu Hause. Und dann plötzlich nach Eichmann war sie überhaupt nicht zu Hause. Und sie hat Angst, dass vielleicht, das muss auch zu Ende kommen. Und als ich sie als einsamer Mensch, sagt man, lonely, eine einsame Frau gespürt habe, dann hatte ich gedacht, okay, Eichmann ist die Schlüssel. You have to write it in parts as they come to you. Weil ich denke, wenn man entschieden am Anfang so ist sie, dass wir können sie nur so sagen, dann man, then you wrestle with something in a, then it's not constructive. It's okay in English. Then it's not constructive. If you force a story on a person. Und ich denke, das ist gleich mit einem historischen Menschen. Natürlich hat man viel Information. Aber auch wenn man eine Vorstellung für ein, when you make somebody up from your imagination, some of it has to come to you. If you're forcing it all on the person, for me, it never works. Anyways. Untertitelung des ZDF, 2020